Wie cool sieht das hier aus eigentlich? Wir müssen zu dem Strand. Nein, da liegt eine Rasse oder so. Was ist da? Die Lieblichkeiten hier mit der Leica und dem Weitwinkel. Da hinten sind Schwäder. Was schnittst du eigentlich? Als wäre das so geschwittert. Der schwingt sich da an. Okay. Sieht aus wie so ein Kohlöse. Guck mal ein mini Schmetterling. Ich habe noch wie so einen kleinen Schmetterling gesehen. Oh, wer ist da? Meine Hand dagegen. Guck mal wie klein. Tschüss. Machst du das auch schon wieder? Da setzen sich immer gerne an die Maschen. Ich bin einfach mit dem Kohlöse auf der anderen Seite. Ich habe jetzt den Kohlöse auf, der hat das noch einen Kohlöse aufgenommen. Ich habe jetzt den Kohlöse auf. Das ist egal, oder? Ja. Das ist ein Kohlöse. Das ist nicht so. wow guck mal die krabbe auch cool so let's go let's go so let's go so wir haben jetzt hier unsere solarfotopapiere unsere cyanotypipapiere die wollen wir jetzt entwickeln mal los sieht man richtig wie das hier abhütet können wir noch mehr klammern so